Naja Lied und Lied und Lied und Lied und Lied das ist beim Start mal normal das ist leider normal und schon fängst du wieder an zu stocken, das ist auch immer Ah, ich seh die! Mein Glück ist weg, brauche ein neues Rezept Ja und hier sind doch meine Eintoms nicht mehr da, also eben gerade waren sie alle immer gleich zeitnah Ey, du störst meine Aura, wieso denn das? Wieso denn das? Hopp, da ist er jetzt Also ich seh ihn gleich Da liegt noch der Feuerstein Ja, ich versuch grad drauf zu sammeln, jetzt hab ich noch gesammelt Jetzt hast du noch gesammelt, ja Das ist ja blöd Ich seh, wir sind uns einig Der Server hat volle Ressourcen, warum hängt denn der, was ist denn dein Problem? Nee, Mann Finde ich scheiße Ne, guck mal, mein Flaschen war erst mal Jetzt bin ich hier vorne gebackt Jetzt kann ich nicht zurückrufen Du drück immer zu Jetzt ist da gerade Gries hingesetzt, jetzt hängt es bei mir fest Ja ja, hab ich gerade auch nie mehr Äh, wir versuchen mal außerhalb von dem Dorf zu nehmen Jetzt bin ich hier zurück Was ist denn das? Jetzt bist du vor mir gesprungen Na, ist ja cool Ja, da war ich gerade auch schon Jetzt bin ich hier zurück Ich hab ein Déjà-vu, Mann Jetzt bin ich schon mal auf der Wiese, na, ist ja nicht schlecht Gut, also Sicher? Nein, ich bin jetzt zurück auf dem Weg Aber immer st... Aber immer Stück für Stück Ey, schon wieder Man Ey, wir fangen immer ab dem Weg wieder an Warum denn denn? Okay, jetzt bin ich wieder Genau, die kannst du aber nur mit... Boah, wieder zurückgebacken Ähm, die Kies-Tinger haben die ähm, gleiche Wirkung wie halt auf dem Erz Also auf dem Block, den du abbaust Allerdings musst du die mit einer... Boah, mit einer Schaufel abbauen Ich back hier immer wieder zurück Ey, jetzt steh ich hier wieder am Kies Zum zehnten Mal oder so Jeweils den Kies kannst du auch abbauen Aber brauchst du eben eine Schaufel für Das ist ganz wichtig Dann kannst du ihn auch durch den Ofen jagen Oder irgendwas Und dann äh, kommt halt auch ein Barren raus Also wenn du jetzt mit der Hand abbauen willst Was du machen kannst, dann droppt nichts Brauchst du schon eine Schaufel für Aber das backt bei mir extrem dolle Und ich bin gerade richtig traurig So, zumal wir nachher kein Werkzeug haben Kann ich jetzt sehen Schau mal mal Boah, die gibt's da ja nicht Hehehe, jetzt... Jetzt back ich immer zurück zum Kies Hehehe Gut, jetzt bohren wir meinen Tisch erstmal hin Ähm, die Werkbank, wenn du die normal reinlegst Ins Inventar Dann kommt dann halt der, ähm, die Werkstation raus Und da kannst du halt dann, äh, hast du den Vorteil Du kannst dann da alle drinnen liegen lassen Wie gesagt Das ist dann normalen Werkbank Da fliegt immer alle draus Wenn du das wieder verlässt Und, ey, das hier Backe fängt ja wirklich an zu nerven langsam Ich mach dir immer ein bisschen Platz hier, so Ne, das ist ja kein Problem Ich stehe... Jetzt ist meine Werkbank wieder weg Ist doch die abgebaut Meine Werkbank ist weg Ah, jetzt hab ich wieder in der Hand Okay Stimmt Man Aber warum? Hm Ich mach mir gerade nur Pflanzen kaputt Jetzt hab ich wieder zwei Werkbanken Eine steht da Und eine hab ich in der Hand gehabt Jetzt... Oh, jetzt bin ich drinnen in meiner Werkbank Ist ja geil So, dann mach ich mir erstmal schnell ne Ne Holz Spitzhacke hier Damit ich erstmal die Weil das Eisen brauchen wir auf alle Fälle Dann müssen wir das mal abbauen, ne Also man merke Problem besteht, wenn man Na nun Wenn man, äh Mit zwei Mann auf dem Server ist Wir müssen mal rausfinden, warum das so ist Hm Ja, dann finden wir noch raus Ah, jetzt ist mein Werkbank wieder da Jetzt liegt's auf dem Boden Sehr schön Du kannst übrigens, äh Wenn du Kühe siehst Wir brauchen das Leder Weil Aus acht Leder Machen wir uns einen Rucksack Hm Denn ich habe das Gefühl Ich möchte hier nicht bleiben Ja Auch wenn da Die Tinker Schmiede und so ist Aber hier leckt es mir so dermaßen Und die so alle Werkbank Will sich nicht aufheben lassen Ich stehe drauf und springe Und Hm Ja Ähm Wo sind meine Waypoints Wenn du auf B drückst Kannst du ihn erstellen Und wenn du auf Ja, na ich hatte ja schon Wenn du auf J Wenn du auf J drückst Jetzt musst du oben auf diese Fahne drücken Da Da ist so eine Fahne oben in der Mitte Da steht direkt Waypoints Wo muss ich drauf drücken? Auf die Fahne oben Er ist auf J Welche Fahne? Ach, auf J Okay Und dann hast du oben die Fahne Ja Okay Er hat ihn nicht gespeichert Managed Waypoints Hier ist nicht einer drin Ich hatte aber für Für das Dorf eingemacht Ja gut Da fahren wir ja die Karte Das wäre ja nicht so das Problem Ja Aber ich wollte jetzt Wir gerne jetzt nochmal die Spitzhacke machen Weil die Spitzhacke ist nämlich grad wieder verschwunden aus meinem Inventar Ist schon Mann Komm nicht rein in meine werkbaren Quimmel Je Sees und Neger Gibt's doch ja nie Ich verstehe das nicht Wir sind zu zweit auf dem Server Wir haben doch nicht eine einzige Maschine oder irgendwas hier am Laufen Und trotzdem spinnt er so rum Aline heated komischerweise Ja, nur dann höre ich dich auch gut Ist denn meine Leitung wirklich dermaßen belastet das denn nicht? Ja nicht mehr funktioniert Ist doch scheiße Aber wenn wir ähm So gespielt haben Dann ging's doch hoch War das doch nicht so schlimm Hm, das ist wieder alles weg Manu Und bei mir stehst du jetzt hier auch die ganze Zeit rum und hältst deinen Tisch Ich hab kein Tisch in der Hand Ich hab ein leeres Inventar Meine ganze Leiste und mein Hotkey war es komplett leer Irgendwann taucht da gleich wieder auf Und dann war das Eisen damit Und die Kohle Ich hab zehn elektrischen Stahl in der Dings Boah, das ist ein Diener Aus einer Küste von bei der Schmiede Achso siehst du müssen wir auch noch leerräumen Genau Da brauchen wir auch noch alt mögliche Ah, da ist mein Tisch wieder da Jetzt bin ich wieder drinnen in meinem Tisch Alte weiße Mütze mit Alte weiße Mütze mit So, einmal diesen hier Was machst du denn da jetzt gerade? Eine Spitzhacke damit ich abbauen kann Ich glaube ich gerade nicht mehr Habe ich jetzt zwei Spitzhacken mir gemacht gerade Glaub mal Jetzt bin ich wieder drinnen Also bei mir läufts flüssig Ich spiel seit Jahren Minecraft Aber das erste Mal so wirklich auf dem Server Und ich hab noch nie mich so köstlich amüsiert Ich hab noch nicht über so viel Scheiße hier Es ist ein Spitzhacken wieder weg Ich krieg weg Jetzt bin ich aber wieder raus Sehr schön, na toll So, zurück Komm mal her, vielleicht funktioniert das hier Komm mal her, wäre einfach Ich bin gerade rausgeflogen Echt? Jetzt bin ich gerade wieder Ich bin gerade wieder nach unten gebackt Ich komme gleich wieder nach oben gesprungen Meine Y-Koordinate Koordinate heißt das Woher ich von gesucht habe Ich bin schon bei minus 500 Minus 600 Jetzt bin ich wieder oben bei 66 Oh! Steinspitzhacke, sehr schön Hat funktioniert, na siehst du, geht Zack Oh, jetzt ist mein Tisch wieder Ich hab den Tisch abgemacht Ich war noch nicht fertig Äh Hihihihihihihihihi Hihihihihihihihi Hihihihihihihihi Jetzt könnte ich mal wirklich scheiße Hihihihihihihi Also, jetzt versteh ich Was Gronkh mit seinem Forrest immer hat Das Spiel ist scheiße, aber die Bucks machen ganze Ding so lustig Na gut, ok Oh, das kann ich ja nie rein, ich will weg hier. Ich bin gerade noch hier am Abruhen. Gut. Ich versuche nochmal ans Dorf zurückzuholen, nochmal alle Kisten nochmal irgendwie auszuräumen. Beim Schmied, die habe ich Layeren. Ja, Schmied, da gibt es ja noch mehr Kisten. Wobei, das Schlimme ist, elektrischer Stahl, den brauchen wir auf alle Fälle nachher für Ender-Io und sowas. Das ist cool. Und vier Redstone-Legierungen habe ich. Hast du eine Schaufel? Achso. Eine Schaufel? Ascherhaufen kannst du, die kannst du knicken. Ach siehst du, die könnten ja auch mal selber eine Werkbaut machen. Einmal so und dann einfach nur nochmal rein, genau. Werkstation. Tada! Also Ascherhaufen kannst du, die kannst du wegschmeißen. Da kriegst du ja im Wetter nachher mehr als genug in Ascherhaufen. Da machst du auch höchstens ein Kohlestück draus und sowas. Mach jetzt nur Inventar unnötig voll. Okay. Wenn du aber eine Schaufel machen kannst, dann kannst du den Kies mitnehmen. Ja, habe ich mir gerade gemacht. Ich würde mir vorstellen, wenn ich dann anfange, eine Schaufel zu machen, dann bin ich in die nächsten zwei Stunden rum. Oh. Dein Stein-Werkzeuggriff. Das kannst du aus Stein machen, ja. Du hast gesagt, wir brauchen hier Kies. Den Kies kannst du mitnehmen. Ich schmeiß hier mal die Weizenkörner raus. Den Kies schmeiß ich raus. Feuerstein schmeiß ich raus. Treibsand schmeiß ich raus. Akazien-Setzling schmeiß ich raus. Den Brett lasse ich noch. Den Weizen lasse ich raus. Machst du gerade Mülleimer-Aktion? So. Naja, wie gesagt, wir brauchen jetzt auf alle Fälle... Mystische rote Blume, Reis... Das ist Botania und Harvestcraft. Das brauchen wir alles noch nicht. Noch ist der Server hier auf friedlich gestellt. Also noch verhungern wir nicht. Bei mir springen gerade die ganzen Sachen, die ich rausgeschmissen habe, die sind gerade hier rumgehübt. Als wenn ich doch da gestanden hätte und die Dinger gerade weggeschmissen hätte. Und durch die Gegend geflogen. Ist das geil. Ein Schwert brauche ich mir dann auch noch nicht machen, Mann. Na doch, für die Kühe denn. Da oben ist eine Eisenkies, sehe ich da oben auf dem Berg. Ah, stimmt. Ach, aber da ist eine Wüste und Wüste und alles ist also ein bisschen rundherum. Das wäre eigentlich nicht schlecht, hier zu bleiben. Aber es ist hier. So, jetzt habe ich auch ein Schwertchen. Ein Schäufelchen, eine Axt. Und ein Tisch. So. Dann lassen wir abhauen hier. Ich weiß nicht. Vielleicht wird es ja woanders besser. Ich hoffe doch. Die Frage ist halt nur, hier ist noch ein bisschen Kupferkies. Wollen wir mal gucken, wo es denn schön ist. Naja. Aber guck mal hier. Da ist Wüste, da regnet es nicht. Und auf dem Wasser piste. Bei mir zumindest. Wo bist du, Lübe? Ich stehe hinter dir, aber es leckt gerade wieder extrem. Bei mir läuft es flüssig. Das ist ja komisch. Es läuft bei mir alles flüssig. Selbst das Lecken ist flüssig. Das ist total geil. Welche ist denn jetzt die Sprint-Taste, verdammt? Gibt es nicht. Die ist in der 1.8. Du musst dann doppelt W drücken. Okay. Ich bin hier auf der 1.7.10. Spielen wir hier. Da gibt es diese Sprint-Taste. Dann muss ich mir das wieder angewöhnen. Ja. So. Habt mit dir noch. Wenn wir dann Optifine bei dir drin machen, dann hast du ja die Sprint-Taste, die eine 1.8 Sprint ist, die hast du dann als Zoom-Taste. Mhm. So. Aber noch musst du halt doppelt W drücken. Okay. So. Jedenfalls ist hier alles. Über am Sand regnet es nicht. Und neben Sand bist du. Genau bis auf den... Wo bist denn du schon wieder jetzt? Ich hab grad ein Hühnchen getötet. Wo bist du? Ach klar, im Wasser. Hinter dir. Bist du im Wasser? Ja. Okay. Ich jagste nur die Spenster, kann das sein? Was? Ich jagste nur die Spenster, kann das sein? Nee, Hühner. Ich seh nicht eine 1.2. Also ich meine eben, gerade waren noch welche, aber ich seh ja. Ich hab drei Stück jetzt getötet. Alle die. Und ich habe... Wieso hab ich einen Tintenbeutel drin? Weil die Tintenfische unterwegs diese Tintensäcke verlieren. Die musst du nicht töten, die verlieren so hoch da zwischendurch mal. Ich hab' ich hab' Chunklöcher. Bei mir ist alles da. Nee, da hinten ist bei mir alles schwarz. Einfach mal so ein schwarzer Streifen. Ein Hauch von nichts. Du musst mal die F3-Taste gedrückt halten und dann ein A dazu drücken. Dann lädt er denn die Chance neu. Klappt bei mir allerdings nicht, bei anderen klappt das bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Dann hilft halt nur... Dann hilft nur Reconnecten. Nur noch ein bisschen Kupfer. Boah, was ist denn das? Ach, komm, über das Standloch nicht rüber. Nee, da musst du eben mal Reconnecten. Aber ist ja... Verdammte Stimme. Obwohl, warte mal. Ich weiß ja nicht, wie lange das funktioniert. Ich weiß ja nicht, wie lange das funktioniert. Äh... TP... Milana... André HVL... Mal gucken, ob wir gleich... Nee, nöt, okay. Doch! Ah! Das ging doch schon vier Schnappler. Ja, keine halbe Stunde. Ist doch super. Siehst du das Schloss hier? Oh, geil. Hier ist auch irgendwas. Sieht ja mal nicht schlecht aus. Übrigens, wenn du den obersten Klotz hier abbaust, von dem Obsidian... Äh... Totem... Also die Kachel oben abschlägst, dann gibt es eine kleine Explosion oder eine Mini-Explosion. Soll ich? Ja, aber nicht mit der Holz. Das wird nicht funktionieren. Das ist Obsidian. Ach, dann wird es mit Steinen auch nicht funktionieren. Nein! Cool, das wird hier... Äh... Du sind direkt... ...automatisch generiert? Du sind Mods, die sowas generieren. Genau. Hier ist auch ein Feld drinne. Oh, hier sind auch Kisten, die ich nicht aufmachen kann. Doch, jetzt... Normale Buch- und Weizenkörner. Was ist da drinne? Oh, ein Eisenhelm. Na ja, setz auf. Machen wir hier noch mehr. Ja, und so weit wird hier halt hochgeneriert. Hier ist eine Eisenschaufel drin. Brauchst du? Nimm ich. Und zwei Fäden. Das ist ein kam Yin- auf demậm Gerät. Und dann, wo wir jetzt die seed корп- und ich weitergehen. Und dann weiter.